Hallo, ich bin Li und heute lesen wir die schönsten Märchen der Gebrüder Grimm mit Farben. Möchtest du keines unserer Höhbücher mehr verpassen? Dann klick einfach gratis und unverbindlich auf Abonnieren und die kleine Glocke. Die weiße und die schwarze Braut Eine Frau ging mit ihrer Tochter und Stieftochter über Feld, Futter zu schneiden. Da kam der liebe Gott, als ein armer Mann zu ihnen gegangen und fragte, wo führt der Weg ins Dorf? Wenn ihr ihn wissen wollt, sprach die Mutter, so sucht ihn selber. Und die Tochter setzte hinzu, habt ihr Sorge, dass ihr ihn nicht findet? So nehmt ein Wegweiser mit. Die Stieftochter aber sprach, armer Mann, ich will dich führen, komm mit mir. Da zirnte der liebe Gott über die Mutter und Tochter, wendete ihnen den Rücken zu und verwünschte sie, sie sollten schwarz werden wie die Nacht und hässlich wie die Sünde. Der arme Stieftochter aber war Gott gnädig und ging mit ihr, und als sie nah am Dorf waren, sprach ein Segen über sie und sagte, wähle dir drei Sachen aus, die will ich dir gewähren. Da sprach das Mädchen, ich möchte gerne so schön und rein werden wie die Sonne. Alsbald war sie weiß und schön wie der Tag. Dann möchte ich einen Geldbeutel haben, der nie leer würde. Den gab ihr der liebe Gott auch, sprach aber, vergiss das Beste nicht, sagte sie, ich wünsche mir zum Dritten das ewige Himmelreich nach meinem Tode. Das war dir auch gewährt, und also schied der liebe Gott von ihr. Als die Stiefmutter mit ihrer Tochter nach Hause kam und sah, dass sie beide cool, schwarz und hässlich waren, die Stieftochter aber weiß und schön, so stieg die Bosheit in ihrem Herzen noch höher, und sie hatte nichts anderes im Sinn, als wie sie ihr ein Leid antun könnte. Die Stieftochter aber hatte einen Bruder namens Reginär, den liebte sie sehr und erzählte ihm alles, was geschehen war. Nun sprach Reginär einmal zu ihr, liebe Schwester, ich will dich abmalen, damit ich dich beständig vor Augen sehe, denn meine Liebe zu dir ist so groß, dass ich dich immer anblicken möchte. Da antwortete sie, aber ich bitte dich, lass niemand das Bild sehen. Er malte nun seine Schwester ab und hing das Bild in seiner Stube auf. Er wohnte aber in des Königs Schloss, weil er bei ihm Kutscher war. Alle Tage ging er davorstehen und dankte Gott für das Glück seiner lieben Schwester. Nun war aber gerade dem König, bei dem er diente, seine Gemahlin verstorben, und die so schön gewesen war, dass man keine finden konnte, die er gliche, und der König war darüber in tiefer Trauer. Die Hofdiener bemerkten aber, dass der Kutscher täglich vor dem schönen Bilde stand, missgönnten sie ihm und meldeten es dem König. Da ließ diese das Bild vor sich bringen, und als er sah, dass es in allem seiner Verstorbenen Frau glich nur noch schöner war, so verliebte er sich sterblich hinein. Er ließ den Kutscher vor sich kommen und fragte, wen das Bild vorstellte. Der Kutscher sagte, es wäre seine Schwester, und so entschloss sich der König, keine andere als diese zur Gemahlin zu nehmen, und schickte ihn fort, seine erwählte Braut abzuholen. Wie Regine mit der Botschaft ankam, freute sich seine Schwester. Allein die Schwarze war eifersüchtig über das Glück, ärgerte sich über alle Maßen und sprach zu ihrer Mutter, »Was helfen nun all eure Künste, da ihr mir ein solches Glück doch nicht verschaffen könnt?« »Sei still!« sagte die Alte, »ich will dir's schon zuwenden!« Und durch ihre Hexenkünste trübte sie dem Kutscher die Augen, dass er halb blind war, und der Weißen verstopfte sie die Ohren, dass sie halb taub war. Darauf stiegen sie in den Wagen, erst die Braut in den herrlichen königlichen Kleidern, dann die Stiefmutter mit ihrer Tochter, und Regine saß auf dem Bock, um zu fahren. Wie sie eine Weile unterwegs waren, rief der Kutscher, »deck dich zu, mein Schwesterlein, das Regen dich nicht näßt, das Wind dich nicht bestäubt, dass du feinschön zum König kommst!« Die Braut fragte, »was sagt, mein lieber Bruder?« »Ach«, sprach die Alte, »er hat gesagt, du solltest dein Güldenkleid ausziehen und es deiner Schwester geben!« Da zog sie's aus und tat's der Schwarzen an. Die gab ihr dafür einen schlechten grauen Kittel. So fuhren sie weiter. Über ein Weilchen rief der Bruder abermals, »deck dich zu, mein Schwesterlein, das Regen dich nicht näßt, das Wind dich nicht bestäubt, und du feinschön zum König kommst!« Die Braut fragte, »was sagt, mein lieber Bruder?« »Ach«, sprach die Alte, »er hat gesagt, du solltest deine Gülden Haube abtun und deiner Schwester geben!« Da tat sie die Haube ab und tat sie der Schwarzen auf und saß selbst im bloßen Haar. So fuhren sie weiter. Wiederum über ein Weilchen rief der Bruder, »deck dich zu, mein Schwesterlein, das Regen dich nicht näßt, das Wind dich nicht bestäubt, und du feinschön zum König kommst!« Die Braut fragte, »was sagt, mein lieber Bruder?« »Ach«, sprach die Alte, »er hat gesagt, du möchtest einmal aus dem Wagen sehen!« Sie fuhren aber gerade auf einer Brücke über ein tiefes Wasser. Wie nun die Braut aufstand und aus dem Wagen sich herausbückte, da stießen sie die beiden hinaus, dass sie mitten ins Wasser stürzte. Als sie versunken war, in demselben Augenblick stieg eine schneeweiße Ente aus dem Wasserspiegel hervor, und schwamm den Fluss hinab. Der Bruder hatte gar nichts davon gemerkt und fuhr den Wagen weiter, bis sie an den Hof kamen. Da brachte er dem König die Schwarze als seine Schwester und meinte, sie wär's wirklich, weil es ihm trübe vor den Augen war und er doch die Goldkleider schimmern sah. Der König, wie er die grundlose Hässlichkeit an seiner vermeinten Braut erblickte, war sehr böse und befahl, den Kutscher in eine Grube zu werfen, die voll Ottern und Schlangen gezücht war. Die alte Hexe aber wusste den König doch so zu bestrecken und durch ihre Künste ihm die Augen zu verblenden, dass er sie und ihre Tochter behielt, ja, dass sie ihm ganz leidlich vorkam und er sich wirklich mit ihr verheiratete. Einmal abends, während die schwarze Braut dem König auf dem Schoße saß, kam eine weiße Ente zum Gossenstein in die Küche geschwommen und sagte zum Küchenjungen, »Jüngelchen, mach Feuer an, dass ich meine Federn wärmen kann.« Das tat der Küchenjunge und machte ihr ein Feuer auf dem Herd. Da kam die Ente und setzte sich daneben, schüttelte sich und strich sich die Federn mit dem Schnabel zurecht. Während sie so saß und sich wohltat, fragte sie, »Was macht mein Bruder Reginär?« Der Küchenjunge antwortete, »Liegt in der Grube gefangen, bei Ottern und Schlangen.« Fragte sie weiter, »Was macht die schwarze Hexe im Haus?« Der Küchenjunge antwortete, »Die sitzt warm im Königsarm.« Sagte die Ente, »Das Gott erbarm« und schwamm den Gossenstein hinaus. Den folgenden Abend kam sie wieder und tat dieselben Fragen und den dritten Abend noch einmal. Da konnte es der Küchenjunge nicht länger übers Herz bringen, ging zu dem König und entdeckte ihm alles. Der König aber wollte es selbst sehen, ging den anderen Abend hin und, wie die Ente den Kopf durch den Gossenstein hereinsteckte, nahm er sein Schwert und hieb ihr den Hals durch. Und da ward sie auf einmal zum schönsten Mädchen und glich genau dem Bild, das der Bruder von ihr gemacht hatte. Der König war voll Freuden, und weil sie ganz nass dastand, ließ er köstliche Kleider bringen und ließ sie damit bekleiden. Dann erzählte sie ihm, wie sie durch Liste und Falschheit wäre betrogen und zuletzt in den Fluss hinabgeworfen worden. Und ihre erste Bitte war, dass ihr Bruder aus der Schlangenhöhle herausgeholt würde. Und als der König diese Bitte erfüllt hatte, ging er in die Kammer, wo die alte Hexe saß, und fragte, »Was verdient die, welche das und das tut?« Und er erzählte, was geschehen war. Da war sie so verblendet, dass sie nichts merkte und sprach, »Hm, die verdient, dass man sie nackt aussieht und in ein Fass mit Nägeln legt, und dass man vor das Fass ein Pferd spannt und das Pferd in alle Welt schickt.« Das geschah alles an ihr und ihrer schwarzen Tochter. Der König aber heiratete die weiße und schöne Braut, und er belohnte den treuen Bruder, indem er ihn zu einem reichen und angesehenen Mann machte. Die drei grünen Zweige Es war einmal ein Einsiedler, der lebte in einem Walde an dem Fuß seines Berges und brachte seine Zeit in Gebet und guten Werken zu. Und jeden Abend trug er noch zur Ehre Gottes ein paar Eimer Wasser den Berg hinauf. Manches Tier wurde damit getränkt und manche Pflanze damit erquickt, denn auf den Anhöhen weht beständig ein harter Wind, und die wilden Vögel, die vor den Menschen scheuen, kreisen dann hoch und suchen mit ihren scharfen Augen nach einem Trunk. Und weil der Einsiedler so fromm war, so ging ein Engel Gottes, seinen Augen sichtbar, mit ihm hinauf, zählte seine Schritte und brachte ihm, wenn die Arbeit vollendet war, sein Essen, so wie jener Prophet auf Gottes Geheiß von den Raben gespeiset ward. Als der Einsiedler in seiner Frömmigkeit schon zu einem hohen Alter gekommen war, da trug es sich zu, dass er einmal von Weitem sah, wie man einen armen Sünder zum Geigen führte. Er sprach so vor sich hin, jetzt widerfährt diesem sein Recht. Abends, als er das Wasser den Berg hinauftrug, erschien der Engel nicht, der ihn sonst begleitete, und brachte ihm auch nicht seine Speise. Da erschrak er, prüfte sein Herz und bedachte, womit er wohl könnte gesündigt haben, weil Gott also zirne, aber er wusste es nicht. Da aß er und trank er nicht, warf sich nieder auf die Erde und betete Tag und Nacht. Und als er einmal in dem Walde so recht bitterlich weinte, hörte er ein Vöglein, das sang so schön und herrlich, da ward er noch betrübter und sprach, »Wie singst du so fröhlich?« Dir zirnt der Herr nicht, ach, wenn du mir sagen könntest, womit ich ihn beleidigt habe, damit ich Buße täte und mein Herz auch wieder fröhlich würde. Da fing das Vöglein an zu sprechen und sagte, »Du hast Unrecht getan, weil du einen armen Sünder verdammt hast, der zum Galgen geführt wurde. Darum zirnt dir der Herr. Ihr allein hält Gericht. Doch wenn du Buße tun und deine Sünde bereuen willst, so wird er dir verzeihen.« Da stand der Engel neben ihm und hatte einen trockenen Ast in der Hand und sprach, »Diesen trockenen Ast sollst du so lange tragen, bis drei grüne Zweige aus ihm hervorsprießen. Aber nachts, wenn du schlafen willst, sollst du ihn unter dein Haupt legen. Dein Brot sollst du dir an den Türen erbitten und in demselben Hause nicht länger als eine Nacht verweilen. Das ist die Buße, die dir der Herr auflegt.« Da nahm der Einsiedler das Stück Holz und ging in die Welt zurück, die er so lange nicht gesehen hatte. Er aß und trank nichts, als was man ihm an den Türen reichte. Manche Bitte aber ward nicht gehört, und manche Türe blieb ihm verschlossen, also, dass er oft ganze Tage lang kein Krumenbrot bekam. Einmal war er vom Morgen bis Abend von Türe zu Türe gegangen, niemand hat ihm etwas gegeben, niemand wollte ihn die Nacht beherbergen. Da ging er hinaus in einen Wald und fand endlich eine angebaute Höhle, und eine alte Frau saß darin. Da sprach er, »Gute Frau, behaltet mich diese Nacht in eurem Hause.« Aber sie antwortete, »Nein, ich darf nicht, wenn ich auch wollte. Ich habe drei Söhne, die sind bös und wild. Wenn sie von ihrem Raubzug heimkommen und finden euch, so würden sie uns beide umbringen.« Da sprach der Einsiedler, »Lasst mich nur bleiben, sie werden euch und mir nichts tun.« Und die Frau war mitleidig und ließ sich bewegen. Da legte sich der Mann unter die Treppe und das Stück Holz unter seinen Kopf. Wie die Alte das sah, fragte sie nach der Ursache, und da erzählte er ihr, dass er es zur Buße mit sich herumtrage und nachts zu einem Kissen gebrauche. Er habe den Herrn beleidigt, denn, als er einen armen Sünder auf dem Gang nach dem Gericht gesehen, habe er gesagt, diesem widerfahre sein Recht. Da fing die Frau an zu weinen und rief, »Ach, wenn der Herr ein einziges Wort so bestraft, wie wird es meinen Söhnen ergehen, wenn sie vor ihm im Gericht erscheinen?« Um Mitternacht kamen die Räuber heim, lärmten und tobten. Sie zündeten ein Feuer an, und als das die Höhle erleuchtete und sie einen Mann unter der Treppe liegen sahen, gerieten sie in Zorn und schrien ihre Mutter an, »Wer ist der Mann? Haben wir es nicht verboten, irgendjemand aufzunehmen?« Da sprach die Mutter, »Lass den, es ist ein armer Sünder, der seine Schuld büßt.« Die Räuber fragten, »Was hat er getan?« »Alter«, riefen sie, »erzähl uns deine Sünden!« Der Alte erhob sich und sagte ihnen, wie er mit einem einzigen Wort schon so gesündigt habe, dass Gott ihm zirne, und er für diese Schuld jetzt büße. Den Räubern ward von seiner Erzählung das Herz so gewaltig gerührt, dass sie über ihr bisheriges Leben erschraken, in sich gingen und mit herzlicher Reue ihre Buße begannen. Der Einsiedler, nachdem er die drei Sünder bekehrt hatte, legte sich wieder zum Schlafen unter die Treppe. Am Morgen aber fand man ihn tot, und aus dem trockenen Holz, auf welchem sein Haupt lag, waren drei grüne Zweige emporgewachsen. Also hatte ihn der Herr wieder in Gnaden zu sich aufgenommen. Blaubart In einem Walde lebte ein Mann, der hatte drei Söhne und eine schöne Tochter. Einmal kam ein goldener Wagen mit sechs Pferden und einer Menge Bedingten angefahren, hielt vor dem Hause still, und ein König stieg aus und bat den Mann, er möchte ihm seine Tochter zur Gemahlin geben. Der Mann war froh, dass seiner Tochter ein solches Glück wiederfuhr, und sagte gleich Ja. Es war auch an dem Freier gar nichts auszusetzen, als dass er einen ganz blauen Bart hatte, so dass man einen kleinen Schrecken kriegte, so oft man ihn ansah. Das Mädchen erschrak auch anfangs davor und scheute sich, ihn zu heiraten. Aber auf Zureden ihres Vaters willigte es endlich ein. Doch weil es so eine Angst fühlte, ging es erst zu seinen Brüdern, nahm sie allein und sagte, Liebe Brüder, wenn ihr mich schreien hört, wo ihr auch seid, so lasst alles stehen und liegen und kommt mir zur Hilfe. Das versprachen ihm die Brüder und küßten es, sagten, Leb wohl, liebe Schwester, wenn wir deine Stimme hören, springen wir auf unsere Pferde und sind bald bei dir. Darauf setzte es sich in den Wagen zu dem Blaubart und fuhr mit ihm fort. Wie es in sein Schloss kam, war alles prächtig, und was die Königin nur wünschte, das geschah. Und sie wären recht glücklich gewesen, wenn sie sich nur an den blauen Bart des Königs hätte gewöhnen können, aber immer, wenn sie den sah, erschrak sie innerlich davor. Nachdem das einige Zeit gewährt, sprach er, ich muss eine große Reise machen, da hast du die Schlüssel zu dem ganzen Schloss. Du kannst überall aufschließen und alles besehen, nur die Kammer, wozu dieser kleine goldene Schlüssel gehört, verbiete ich dir. Schließt du sie auf, so ist dein Leben verfallen. Sie nahm die Schlüssel, versprach ihm zu gehorchen, und als er fort war, schloss sie nacheinander die Türen auf und sah so viel Reichtümer und Herrlichkeiten, dass sie meinte, aus der ganzen Welt wären sie hier zusammengebracht. Es war nun nichts mehr übrig, als die verbotene Kammer. Der Schlüssel war von Gold, da gedachte sie, in dieser ist vielleicht das allerkostbarste verschlossen. Die Neugierde fing an, sie zu plagen, wenn sie nur gewusst, was in dieser wäre. Eine Zeit lang widerstand sie der Begierde. Zuletzt aber war diese so mächtig, dass sie den Schlüssel nahm und zu der Kammer hinging. Wer wird es sehen, dass ich sie öffne, sagte sie zu sich selbst, ich will auch nur einen Blick hineintun. Da schloss sie auf, und wie die Türe aufging, schwomm ihr ein Strom Blut entgegen, und an den Wänden herum sah sie tote Weiber hängen, und von einigen war nur noch die Gerippe übrig. Sie erschrak so heftig, dass sie die Türe gleich wieder zuschlug, aber der Schlüssel sprang dabei heraus und fiel in das Blut. Geschwind hob sie ihn auf und wollte das Blut abwischen, aber es war umsonst, denn, wenn sie es auf der einen Seite abgewischt, kam es auf der anderen Seite wieder zum Vorschein. Sie setzte sich den ganzen Tag hin und rieb daran und versuchte alles möglich, aber es half nichts, die Blutflecken waren nicht herauszubringen. Endlich am Abend legte sie ihn ins Heu, das sollte in der Nacht das Blut ausziehen. Am anderen Tag kam der Blaubart zurück, und das Erste war, dass er die Schlüssel von ihr forderte. Ihr Herz schlug, sie brachte die anderen und hoffte, er werde es nicht bemerken, dass der Goldene fehlte. Er aber zählte sie alle, und wie er fertig war, sagte er, wo ist der zu der heimlichen Kammer? Dabei sah er ihr in das Gesicht. Sie ward blutrot und antwortete, er liegt oben, ich habe ihn verlegt, morgen will ich ihn suchen. Geh lieber gleich, liebe Frau, ich werde ihn heute noch brauchen. Ach, ich will dir's nur sagen, ich habe ihn im Heu verloren, da muss ich erst suchen. Du hast ihn nicht verloren, sagte der Blaubart zornig, du hast ihn dahingesteckt, damit die Blutflecken herausziehen sollen. Denn du hast mein Gebot übertreten und bist in der Kammer gewesen, aber jetzt sollst du hinein, wenn du auch nicht willst. Da musste sie den Schlüssel holen, und der war noch voller Blutflecken. Nun bereite dich zum Tode, du sollst noch heute sterben, sagte der Blaubart, holte sein großes Messer und führte sie auf den Hausehen. Lass mich nur noch vor meinem Tod mein Gebet tun, sagte sie. So geh, aber eil dich, ich habe keine Zeit lang zu warten. Da lief sie die Treppe hinauf und rief so laut sie konnte zum Fenster hinaus. Brüder, meine lieben Brüder, kommt, helft mir! Die Brüder saßen im Wald beim kühlen Wein, da sprach der Jüngste, mir ist, als hätte ich unsere Schwester Stimme gehört, auf, wir müssen ihr zur Hülle vereilen. Da sprangen sie auf ihre Pferde und ritten, als wären sie der Sturmbind. Ihre Schwester aber lag in Angst auf den Knien, da rief der Blaubart unten, nun, bist du bald fertig? Dabei hörte sie, wie auf der untersten Stufe sein Messer wetzte. Sie sah hinaus, aber sie sah nichts, als von ferner einen Staub, als käme eine Herde gezogen. Da schrie sie noch einmal, Brüder, liebe Brüder, kommt, helft mir! Und ihre Angst ward immer größer. Der Blaubart aber rief, wenn du nicht bald kommst, so hol ich dich, mein Messer ist gewetzt. Da sah sie wieder hinaus und sah ihre drei Brüder durch das Feld reiten, als flögen sie wie Vögel in der Luft. Da schrie sie zum dritten Mal in der höchsten Not und aus allen Kräften, Brüder, meine lieben Brüder, kommt, helft mir! Und der Jüngste war schon so nah, dass sie seine Stimme hörte, tröste dich, liebe Schwester, nur noch einen Augenblick, so sind wir bei dir. Der Blaubart aber rief, nun ist's genug gebetet, ich will nicht länger warten, kommst du nicht, so hol ich dich! Ach, nur noch für meine drei lieben Brüder, lass mich beten! Er hörte aber nicht, kam die Treppe heraufgegangen und zog sie hinunter. Und eben hat er sie an den Haaren gefasst und wollte ihr das Messer in das Herz stoßen, da schlugen die drei Brüder an die Haustüre, drang herein und rissen sie ihm aus der Hand. Dann zogen sie ihre Säbel und heben ihn nieder. Hm, da ward er in die Blutkammer aufgehängt, zu den anderen Weibern, die er getötet, die Brüder aber nahmen ihre liebste Schwester mit nach Haus, und alle Reichtümer des Blaubarts gehörten ihr. Das blaue Licht Es war einmal ein Soldat, der hatte dem König lange Jahre treu gedient. Als aber der Krieg zu Ende war und der Soldat, der vielen Wunden wegen, die er empfangen hatte, nicht weiter dienen konnte, sprach der König zu ihm, Du kannst heimgehen, ich brauche dich nicht mehr. Geld bekommst du weiter nicht, denn Lohn erhält nur der, welcher mir Dienste dafür leistet. Da wusste der Soldat nicht, womit er sein Leben fristen sollte, ging voller Sorgen fort und ging den ganzen Tag, bis er abends in einen Wald kam. Als die Finsternis einbrach, sah er ein Licht, dem näherte er sich und kam zu einem Haus. Darin wohnte eine Hexe. Gib mir doch ein Nachtlager und ein wenig Essen und Trinken, sprach er zu ihr, ich verschmarte sonst. Oho, antwortete sie, wer gibt einem verlaufenden Soldaten etwas? Doch will ich barmherzig sein und dich aufnehmen, wenn du tust, was ich verlange. Was verlangst du? fragte der Soldat. Dass du mir morgen meinen Garten umgräbst. Der Soldat willigte ein und arbeitete den folgenden Tag aus allen Kräften, konnte aber vor Abend nicht fertig werden. Ich sehe wohl, sprach die Hexe, dass du heute nicht weiter kannst. Ich will dich noch eine Nacht behalten, dafür sollst du mir morgen ein Fuderholz spalten und klein machen. Der Soldat brauchte dazu den ganzen Tag und abends machte ihm die Hexe den Vorschlag, noch eine Nacht zu bleiben. Du sollst mir morgen nur eine geringe Arbeit tun. Hinter meinem Hause ist ein alter, wasserleerer Brunnen, in den ist mir mein Licht gefallen. Es brennt blau und verlischt nicht. Das sollst du mir wieder heraufholen. Den anderen Tag führte ihn die Alte zu dem Brunnen und ließ ihn in einem Korb hinab. Er fand das blaue Licht und machte ein Zeichen, dass sie ihn wieder hinaufziehen sollte. Sie zog ihn auch in die Höhe, als er aber dem Rand nah war, reichte sie die Hand hinab und wollte ihm das blaue Licht abnehmen. »Nein«, sagte er und merkte ihre bösen Gedanken, »das Licht gebe ich dir nicht eher, als bis ich mit beiden Füßen auf dem Erdboden stehe.« Da geriet die Hexe in Wut, ließ ihn wieder hinab in den Brunnen fallen und ging fort. Der arme Soldat fiel, ohne Schaden zu nehmen, auf den feuchten Boden, und das blaue Licht brannte fort. Aber was konnte ihm das helfen? Er sah wohl, dass er dem Tod nicht entgehen würde. Er saß eine Weile ganz traurig, da griff er zufällig in seine Tasche und fand seine Tabakspfeife, die noch halb gestopft war. »Das soll mein letztes Vergnügen sein«, dachte er, zog sie heraus, zündete sie an dem blauen Licht an und fingern zu rauchen. Als der Dampf in der Höhle umhergezogen war, stand auf einmal ein kleines schwarzes Männchen vor ihm und fragte, »Herr, was befehlst du?« »Was habe ich dir zu befehlen?«, erwiderte der Soldat ganz verwundert. »Ich muss alles tun«, sagte das Männchen, »was du verlangst.« »Äh, gut«, sprach der Soldat, »so hilf mir zuerst aus dem Brunnen.« Das Männchen nahm ihn bei der Hand und führte ihn durch einen unterirdischen Gang, vergaß aber nicht, das blaue Licht mitzunehmen. Es zeigte ihm unterwegs die Schätze, welche die Hexe zusammengebracht und da versteckt hatte, und der Soldat nahm so viel Gold, als er tragen konnte. Als er oben war, sprach er zu dem Männchen, »Nun geh hin, bind die alte Hexe und führe sie vor das Gericht.« Nicht lange, so kam sie auf einem wilden Kater mit furchtbarem Geschrei schnell wie der Wind vorbeigeritten, und es dauerte abermals nicht lang, so war das Männchen zurück. »Es ist alles ausgerichtet«, sprach es, »und die Hexe hängt schon am Galgen.« »Herr, was befehlst du weiter?«, fragte der Kleine. »In dem Augenblick nichts«, antwortete der Soldat, »du kannst noch rausgehen. Sei nur gleich bei der Hand, wenn ich dich rufe.« »Es ist nichts nötig«, sprach das Männchen, »als, dass du deine Pfeife an dem blauen Licht anzündest, dann stehe ich gleich vor dir.« Darauf verschwand es vor seinen Augen. Der Soldat kehrte in die Stadt zurück, aus der er gekommen war. Er ging in den besten Gasthof und ließ sich schöne Kleider machen, dann befahl er dem Wirt, ihm ein Zimmer so prächtig als möglich einzurichten. Als es fertig war und der Soldat es bezogen hatte, rief er das schwarze Männchen und sprach, »ich habe dem König treu gedient. Er aber hat mich fortgeschickt und mich hungern lassen, dafür will ich jetzt Rache nehmen.« »Was soll ich tun?«, fragte der Kleine. »Spätabends, wenn die Königstochter im Bette liegt, so bringen sie schlafend hierher. Sie sollen Mäktedienste bei mir tun.« Das Männchen sprach, »für mich ist das ein leichtes, für dich aber ein gefährliches Ding. Wenn das herauskommt, wird es dir schlimmer gehen.« Als es zwölf geschlagen hatte, sprang die Türe auf und das Männchen trug die Königstochter herein. »Aha, bist du da?«, rief der Soldat, »frisch an die Arbeit. Geh, hol den Besen und kehre die Stube.« Als sie fertig war, hieß er sie zu seinem Sessel kommen, streckte ihr die Füße entgegen und sprach, »zieh mir die Stiefel aus!«, warf sie ihr dann ins Gesicht, und sie musste sie aufheben, reinigen und glänzend machen. Sie tat aber alles, was er ihr befahl, ohne Widerstreben, stumm und mit halbgeschlossenen Augen. Bei dem ersten Hahnenschrei trug sie das Männchen wieder in das königliche Schloss und in ihr Bett zurück. Am anderen Morgen, als die Königstochter aufgestanden war, ging sie zu ihrem Vater und erzählte ihm, sie hätte einen wunderlichen Traum gehabt. Ich war durch die Straßen mit Blitzes schnelle fortgetragen und in das Zimmer eines Soldaten gebracht, dem musste ich als Magd dienen und aufwarten und alle gemeine Arbeit tun, die Stube kehren und die Stiefel putzen. Es war nur ein Traum, und doch bin ich so müde, als wenn ich wirklich alles getan hätte. Der Traum könnte wahr gewesen sein, sprach der König, »ich will dir einen Rat geben. Stecke deine Tasche voll Erbsen und mach ein klein Loch in die Tasche. Wirst du wieder abgeholt, so fallen sie heraus und lassen die Spur auf der Straße.« Als der König so sprach, stand das Männchen unsichtbar dabei und hörte alles mit an. Nachts, als es die schlafende Königstochter wieder durch die Straßen tuk, fielen zwar einzelne Erbsen aus der Tasche, aber sie konnten keine Spur machen, denn das listige Männchen hatte vorher in allen Straßenerbsen verstreut. Die Königstochter aber musste wieder bis zum Harnschrei Mägde Dienste tun. Der König schickte am folgenden Morgen seine Leute aus, welche die Spur suchen sollten, aber es war vergeblich, denn in allen Straßen saßen die armen Kinder und lasen Erbsen auf und sagten, »es hat heute Nacht Erbsen geregnet.« »Wir müssen etwas anderes aussinnen«, sprach der König, »behalt deine Schuhe an, wenn du dich zu Bett legst, und ehe du von dort zurückkehrst, verstecke einen davon. Ich will ihn schon finden.« Das schwarze Männchen vernahm den Anschlag, und als der Soldat abends verlangte, er sollte die Königstochter wieder herbeitragen, riet es ihm ab und sagte, »gegen diese List wüsste es kein Mittel, und wenn der Schuh bei ihm gefunden würde, so könnte es ihm schlimmer gehen.« »Tu, was ich dir sage«, erwiderte der Soldat, »und die Königstochter musste auch in der dritten Nacht wie einem Markt arbeiten.« Sie versteckte aber, ehe sie zurückgetragen wurde, einen Schuh unter das Bett. Am anderen Morgen ließ der König in der ganzen Stadt den Schuh seiner Tochter suchen. Er ward bei dem Soldaten gefunden, und der Soldat selbst, der sich auf Bitten des Kleinen zum Tor hinaus gemacht hatte, ward bald eingeholt und ins Gefängnis geworfen. Er hatte sein Bestes bei der Flucht vergessen, das blaue Licht und das Gold, und hatte nur noch einen Dukaten in der Tasche. Als er nun, mit Ketten belastet, an dem Fenster seines Gefängnisses stand, sah er einen seiner Kameraden vorbeigehen. Er klopfte an die Scheibe, und als er herbeikam, sagte er, »Sei so gut, und hol mir das kleine Bündelchen, das ich in dem Gasthaus habe liegen lassen. Ich gebe dir dafür einen Dukaten.« Der Kamerad lief hin und brachte ihm das Verlangte. Sobald der Soldat wieder allein war, steckte er seine Pfeife an und ließ das schwarze Männchen kommen. »Sei ohne Furcht«, sagte es zu seinem Herrn, »geh hin, wo sie dich hinführen, und lass alles geschehen. Nimm nur das blaue Licht mit.« Am anderen Tag ward Gericht über den Soldaten gehalten, und, obgleich er nichts Böses getan hatte, verurteilte ihn der Richter doch zum Tode. Als er nun hinausgeführt wurde, bat er den König um eine letzte Gnade. »Was für eine?« fragte der König. »Dass ich auf dem Weg noch eine Pfeife rauchen darf.« »Du kannst drei rauchen«, antwortete der König, »aber glaube nicht, dass ich dir das Leben schenke.« Da zog der Soldat seine Pfeife heraus und zündete sie an dem blauen Lichter an, und, wie ein paar Ringel vom Rauch aufgestiegen waren, so stand schon das Männchen da, hatte einen kleinen Knüppel in der Hand und sprach, »Was befiehlst du, mein Herr?« »Schlag mir da die falschen Richter und ihre Häscher zu Boden, und verschone auch den König nicht, der mich so schlecht behandelt hat.« Da fuhr das Männchen wie der Blitz zick-zack hin und her, und wen es mit seinem Knüppel nur anrührte, der fiel schon zu Boden und getraute sich nicht mehr zu regen. Dem König ward Angst, er legte sich auf das Bitten, und um nur das Leben zu behalten, gab er dem Soldaten das Reich und seine Tochter zur Frau. Der Teufel Grünrock Es war einmal ein junger Kerl, der ließ sich als Soldat anwerben, hielt sich tapfer und war immer der vorderste, wenn es blaue Bohnen regnete. Solange der Krieg dauerte, ging alles gut, aber als Friede geschlossen war, erhielt er seinen Abschied, und der Hauptmann sagte, er könnte gehen, wohin er wollte. Seine Eltern waren tot, und er hatte keine Heimat mehr. Da ging er zu seinen Brüdern und bat, sie möchten ihm so lange Unterhalt geben, bis der Krieg wieder anfing. Die Brüder aber waren hartherzig und sagten, »Nach, was sollen wir mit dir? Wir können dich nicht brauchen. Sieh zu, wie du dich durchschlägst!« Der Soldat hatte nichts übrig als sein Gewehr, und das nahm er auf die Schulter und wollte in die Welt gehen. Er kam auf eine große Heide, auf der nichts zu sehen war als ein Ring von Bäumen. Darunter setzte er sich ganz traurig nieder und sah über sein Schicksal nach. »Ich habe kein Glück,« dachte er, »ich habe nichts gelernt als das Kriegshandwerk, und jetzt, weil Friede geschlossen ist, brauchen sie mich nicht mehr.« »Ich sehe voraus, ich muss verhungern.« Auf einmal hörte er einen Brausen, und wie er sich umblickte, stand ein unbekannter Mann vor ihm, der einen grünen Rock trug, recht stattlich aussah, aber einen garstigen Pferdefuß hatte. »Ich weiß schon, was dir fehlt,« sagte der Mann, »Geld und Gold sollst du haben, so viel du mit aller Gewalt durchbringen kannst, aber ich muss zuvor wissen, ob du dich nicht fürchtest, damit ich mein Geld nicht umsonst ausgebe.« »Ein Soldat und Furcht? Wie passt das zusammen?«, antwortete er. »Du kannst mich auf die Probe stellen.« »Wohl an,« antwortete der Mann, »schau hinter dich.« Der Soldat kehrte sich um und sah einen großen Bären, der brummend auf ihn zutrabte. »Oho,« rief der Soldat, »dich will ich an der Nase kitzeln, dass dir die Lust zum Brunnen vergehen soll,« legte er an und schoss dem Bär auf die Schnauze, dass er zusammenfiel und sich nicht mehr regte. »Ich sehe wohl,« sagte der Fremde, »dass dir so ein Mut nicht fehlt, aber es ist noch eine Bedingung dabei, die musst du erfüllen.« »Wenn mir es an meiner Seligkeit nicht schadet,« antwortete der Soldat, der wohl merkte, wen er vor sich hatte, »sonst lasse ich mich auf nichts ein.« »Das wirst du selber sehen,« antwortete der Grünrock, »du darfst in den nächsten sieben Jahren dich nicht waschen, dir Bart und Haare nicht kämmen, die Nägel nicht schneiden und kein Vaterunser beten.« »Dann will ich dir einen Rock und Mantel geben, den musst du in dieser Zeit tragen. »Stirbst du in diesen sieben Jahren, so bist du mein.« »Bleibst du aber leben, so bist du frei und bist reich dazu für deinen Lebtag.« Der Soldat dachte an die große Not, in der er sich befand, und da er so oft in den Tod gegangen war, wollte er es auch jetzt wagen und willigte ein. Der Teufel zog den grünen Rock aus, reichte ihn dem Soldaten hin und sagte, »Wenn du den Rock an deinem Leibe hast und in die Tasche greifst, so wirst du die Hand immer voll Geld haben.« Dann zog er dem Bären die Haut ab und sagte, »Das soll dein Mantel sein und auch dein Bett, denn darauf musst du schlafen und darfst in kein anderes Bett kommen.« »Und dieser Tracht wegen sollst du Bärenhäute heißen.« Hierauf verschwand der Teufel. Der Soldat zog den Rock an, griff gleich in die Tasche und fand, dass die Sache ihre Richtigkeit hatte. Dann hing er die Bärenhaut um, ging in die Welt, war guter Dinge und unterließ nichts, was ihm wohl und dem Gelde wehe tat. Im ersten Jahr ging es noch leidlich, aber in dem zweiten sah er schon aus wie ein Ungeheuer. Das Haar bedeckte fast das ganze Gesicht, sein Bart glich einem Stück groben Filztuch, seine Finger hatten Krallen und sein Gesicht war so mit Schmutz bedeckt, dass man, wenn man Kresse hineingesät hätte, sie aufgegangen wäre. Wer ihn sah, der lief fort. Weil er aber aller Orten den Armen Geld gab, damit sie für ihn beteten, dass er in den sieben Jahren nicht stürbe, und weil er alles gut bezahlte, so erhielt er doch immer noch Herberge. Im vierten Jahr kam er in ein Wirtshaus, da wollte ihn der Wirt nicht aufnehmen und wollte ihn nicht einmal einen Platz im Stall anweisen, weil er fürchtete, seine Pferde würden scheu werden. Doch als der Bärenhäuter in die Tasche griff und eine Handvoll Dukaten herausholte, so ließ der Wirt sich erreichen und gab ihm eine Stube im Hintergebäude. Doch musste er versprechen, sich nicht sehen zu lassen, damit sein Haus nicht in bösen Ruf käme. Als der Bärenhäuter abends allein saß und von Herzen wünschte, dass die sieben Jahre herum wären, so hörte er in einem Nebenzimmer ein lautes Jämmern. Er hatte ein mitleidiges Herz, öffnete die Türe und erblickte einen alten Mann, der heftig weinte und die Hände über dem Kopf zusammenschlug. Der Bärenhäuter trat näher, aber der Mann sprang auf und wollte entfliehen. Endlich, als seine menschliche Stimme vernahm, ließ er sich bewegen und durch freundliches Zureden brachte der Bärenhäuter es dahin, dass sie ihm die Ursache seines Kummers offenbarte. Sein Vermögen war nach und nach geschwunden, er und seine Töchter mussten darben und er war so arm, dass er den Wirt nicht einmal bezahlen konnte und ins Gefängnis sollte gesetzt werden. Wenn ihr weiter keine Sorgen habt, sagte der Bärenhäuter, Geld habe ich genug. Er ließ den Wirt herbeikommen, bezahlte ihn und steckte dem Unglücklichen noch einen Beutel voll Gold in die Tasche. Als der Mann sich aus seinen Sorgen erlöst sah, wusste er nicht, womit er sich dankbar beweisen sollte. »Komm mit mir«, sprach er zu ihm, »meine Töchter sind Wunder von Schönheit, wähle dir eine davon zur Frau. Wenn sie hört, was du für mich getan hast, so wird sie sich nicht weigern. »Du siehst freilich ein wenig seltsam aus, aber sie wird dich schon wieder in Ordnung bringen.« Dem Bärenhäuter gefiel das wohl, und er ging mit. Als ihn die Älteste erblickte, entsetzte sie sich so gewaltig von seinem Antlitz, dass sie aufschrie und fortlief. Die Zweite blieb zwar stehen und betrachtete ihn von Kopf bis zu Füßen, dann aber sprach sie, »Wie kann ich einen Mann nehmen, der keine menschliche Gestalt mehr hat?« Da gefiel mir der rasierte Bären auch besser, der einmal hier zu sehen war und sich für einen Menschen ausgab. Der hatte noch einen Hussarenpelz an und weiße Handschuhe. Ach, wenn er nur hässlich wäre, so könnte ich mich an ihn gewöhnen. Die Jüngste aber sprach, »Lieber Vater, das muss ein guter Mann sein, der euch aus der Not geholfen hat. Habt ihr ihm dafür eine Braut versprochen, so muss euer Wort gehalten werden.« Es war schade, dass das Gesicht des Bärenhäuters von Schmutz und Haaren bedeckt war, sonst hätte man sehen können, wie ihm das Herz im Leibe lachte, als er diese Worte hörte. Er nahm einen Ring von seinem Finger, brach ihn in zwei und gab ihr die eine Hälfte. Die andere behielt er für sich. In ihrer Hälfte aber schrieb er seinen Namen, und in seiner Hälfte schrieb er ihren Namen und bat sie, ihr Stück gut aufzuheben. Ihre Aufnahme abschied und sprach, »Ich muss noch drei Jahre wandern, komme ich aber nicht wieder, so bist du frei, weil ich dann tot bin. Bitte aber Gott, dass sie mir das Leben erhält.« Die arme Braut kleidete sich ganz schwarz, und wenn sie an ihren Bräutigam dachte, so kamen ihr die Tränen in die Augen. Von ihren Schwestern ward ihr nichts als Hohn und Spott zuteil. »Nimm dich in Acht«, sprach die Älteste, »wenn du ihm die Hand reichst, so schlägt er dir mit der Tatze darauf.« »Hüte dich«, sagte die Zweite, »die Bären lieben die Süßigkeit, und wenn du ihm gefällst, so frisst er dich auf.« »Du musst nur immer sein Willen tun«, hob die Älteste wieder an, »sonst fängt er an zu brummen.« »Und die Zweite fuhr fort, aber die Hochzeit wird lustig sein, Bären, die tanzen gut.« Die Braut schwieg still und ließ sich nicht irre machen. Der Bärenhäute aber zog in der Welt herum, von einem Ort zum anderen, tat Gutes, wo er konnte, und gab den Armen reichlich, damit sie für ihn beteten. Endlich, als der letzte Tag von den sieben Jahren anbrach, ging er wieder hinaus auf die Heide und setzte sich unter den Ring von Bäumen. Nicht lange, so sauste der Wind, und der Teufel stand vor ihm und blickte ihn verdrießlich an. Dann warf er ihm den alten Rock hin und verlangte seinen Grünen zurück. »So weit sind wir noch nicht«, antwortete der Bärenhäute, »erst sollst du mich reinigen.« Der Teufel mochte wollen oder nicht. Er musste Wasser holen, den Bärenhäuter abwaschen, ihm die Haare kämmen und die Nägel schneiden. Hierauf sah er wie ein tapferer Kriegsmann aus und war viel schöner als je zuvor. Als der Teufel glücklich abgezogen war, so war es dem Bärenhäuter ganz leicht ums Herz. Er ging in die Stadt, tat einen prächtigen Samtrock an, setzte sich in einen Wagen mit vier Schimmeln bespannt und fuhr zu dem Haus seiner Braut. Niemand erkannte ihn, der Vater hielt ihn für einen vornehmen Feldobrist und führte ihn in das Zimmer, wo seine Töchter saßen. Er musste sich zwischen den beiden Ältesten niederlassen. Sie schenkten ihm Wein ein, legten ihm die besten Bissen vor und meinten, sie hätten keinen schöneren Mann auf der Welt gesehen. Die Braut aber saß in schwarzem Kleide ihm gegenüber, schlug die Augen nicht auf und sprach kein Wort. Als er endlich den Vater fragte, ob er ihm eine seiner Töchter zur Frau geben wollte, so sprangen die beiden Ältesten auf, liefen in ihre Kammer und wollten prächtige Kleider anziehen, denn eine jede bildete sich ein, sie wäre die Auserwählte. Der Fremde, sobald er mit seiner Braut allein war, holte den halben Ring hervor und warf ihn in einen Becher mit Wein, den er ihr über den Tisch reichte. Sie nahm ihn an, aber als sie getrunken hatte und den halben Ring auf dem Grund liegen fand, so schlug ihr das Herz. Sie holte die andere Hälfte, die sie an einem Band um den Hals trug, hielt sie daran, und es zeigte sich, dass beide Teile vollkommen zueinander passten. Da sprach er, ich bin ein verlobter Bräutigam, den du als Bärenhäuter gesehen hast, aber durch Gottes Gnade habe ich meine menschliche Gestalt wieder erhalten und bin wieder rein geworden. Er ging auf sie zu, umarmte sie und gab ihr einen Kuss. In dem kamen die beiden Schwestern in vollem Putz herein, und als sie sahen, dass der schöne Mann der Jüngsten zuteil geworden war und hörten, dass das der Bärenhäuter war, liefen sie voll Zorn und Wut hinaus. Die eine erseifte sich im Brunnen, die andere erhängte sich an einem Baum. Am Abend klopfte jemand an der Türe, und als der Bräutigam öffnete, so warz der Teufel im grünen Rock. Der sprach, »Siehst du, nun habe ich zwei Seelen, für deine eine.« Die weiße Schlange Es ist schon lange her, da lebte ein König, dessen Weisheit im ganzen Lande berühmt war. Nichts blieb ihm unbekannt, und es war, als ob ihm Nachricht von den verborgensten Dingen durch die Luft zugetragen würde. Er hatte aber eine seltsame Sitte. Jeden Mittag, wenn von der Tafel alles abgetragen und niemand mehr zugegen war, musste ein vertrauter Diener noch eine Schüssel bringen. Sie war aber zugedeckt, und der Diener wusste selbst nicht, was darin lag, und kein Mensch wusste es, denn der König deckte sie nicht eher auf und aß nicht davon, bis er ganz allein war. Es hatte schon lange gedauert, da überkam eines Tages den Diener, der die Schüssel wieder wegtrug, die Neugierde, dass er nicht widerstehen konnte, sondern die Schüssel, mit in seine Kammer brachte. Als er die Türe sorgfältig verschlossen hatte, hob er den Deckel auf, und da sah er, dass seine weiße Schlange darin lag. Bei ihrem Anblick konnte er die Lust nicht zurückhalten, sie zu kosten. Er schnitt ein Stückchen davon ab und steckte es in den Mund. Kaum aber hatte es seine Zunge berührt, so hörte er von seinem Fenster ein seltsames Gewisper von feinen Stimmen. Er ging und heuchte. Da merkte er, dass es die Sperlinge waren, die miteinander sprachen und sich allerlei erzählten, was sie im Felde und Walde gesehen hatten. Denn kaum hatte seine Zunge das Schlangenfleisch berührt, da verstand er die Sprache der Tiere. Nun trug es sich zu, dass gerade an diesem Tage der König in ihr schönster Ring wegkam, und auf den vertrauten Diener, der überall Zugang hatte, der Verdacht fiel, er habe ihn gestohlen. Der König ließ ihn vor sich kommen und drohte ihm unter den heftigen Scheldworten, wenn er bis morgen den Täter nicht zu nennen wüsste, so sollte er dafür angesehen und gerichtet werden. Es half nichts, dass er seine Unschuld beteuerte, er ward mit keinem besseren Bescheid entlassen. In seiner Unruhe und Angst ging er hinab auf den Hof und bedachte, wie er sich aus seiner Not behelfen könne. Da saßen die Enten an einem fließenden Wasser friedlich nebeneinander und ruhten. Sie putzten sich mit ihren Schnäbeln glatt und hielten ein vertrauliches Gespräch. Der Diener blieb stehen und hörte ihnen zu. Sie erzählten sich, wo sie heute Morgen überall herumgewackelt wären und was für gutes Futter sie gefunden hätten. Da sagte eine verdrietlich, »Mir liegt etwas schwer im Magen. Ich habe einen Ring, der unter der Königin Fenster lag, in der Hast mit hinuntergeschluckt.« Gleich packte sie der Diener beim Kragen, trug sie in die Küche und sprach zum Koch, »schlachte doch diese ab, sie ist wohl genährt.« »Ja«, sagte der Koch und wog sie in der Hand, »die hat keine Mühe gescheut, sich zu wüssten und schon lange darauf gewartet, gebraten zu werden.« Er schnitt ihr den Hals ab und, als sie ausgenommen ward, fand sich der Ring der Königin in ihrem Magen. Der Diener konnte nun leicht vor dem Könige seine Unschuld beweisen, und da dieser sein Unrecht wiedergutmachen wollte, erlaubte er ihm, sich eine Gnade auszubitten, und versprach ihm außerdem die größte Ehrenstelle, die er sich an seinem Hofe wünschte. Der Diener schlug alles aus und bat nur um ein Pferd und Reisegeld, denn er hatte Lust, die Welt zu sehen und eine Weile darin herumzuziehen. Als seine Bitte erfüllt war, machte er sich auf den Weg und kam eines Tages an einem Teiche vorbei, wo er drei Fische bemerkte, die sich im Rohr gefangen hatten und nach Wasser schnappten. Obgleich man sagt, die Fische wären stumm, vernahm er doch ihre Klage, dass sie so elend umkommen müssten. Weil er ein mitleidiges Herz hatte, stieg er vom Pferde und setzte die drei Gefangenen wieder ins Wasser. Sie zappelten vor Freude, streckten die Köpfe heraus und riefen ihm zu, »Wir wollen dir's gedenken und dir's vergelten, dass du uns gerettet hast.« Er ritt weiter, und nach einem Weilchen kam es ihm vor, als hörte er zu seinen Füßen im Sand eine Stimme. Er horchte und vernahm, wie ein Ameisenkönig klagte, »Wenn uns nur die Menschen mit den ungeschickten Tiere vom Leibe blieben!« Dort trittten den Ästen ein Geräusch, und ein goldener Apfel fiel in seine Hand. Zugleich flogen drei Raben zu ihm herab, setzten sich auf seine Knie und sagten, »Wer sind die drei jungen Raben, die du vom Hungertod errettet hast? Als wir groß geworden waren und hörten, dass du den goldenen Apfel suchtest, sind wir über das Meer geflogen, bis ans Ende der Welt, wo der Baum des Lebens steht. Und haben dir den Apfel geholt.« Voll Freude machte sich der Jüngling auf den Heimweg und brachte den goldenen Apfel der schönen Königstochter, der nun keine Ausrede mehr übrig blieb. Sie teilten den Apfel des Lebens und aßen ihn zusammen. Da ward ihr Herz mit Liebe zu ihm erfüllt, und sie erreichten in ungestörtem Glück ein hohes Alter. Rotkäppchen Es war einmal ein kleines, süßes Mädchen, das hatte jedermann lieb, der sie nur ansah. Am allerliebsten aber ihre Großmutter. Die wusste gar nicht, was sie alles dem Kinde geben sollte. Einmal schenkte sie ihm ein Käppchen von rotem Samt, und weil ihm das so wohlstand und es nichts anderes mehr tragen wollte, hieß es nur das Rotkäppchen. Eines Tages sprach seine Mutter zu ihm, »Komm, Rotkäppchen, da hast du ein Stück Kuchen und eine Flasche Wein. Bring das der Großmutter hinaus. Sie ist krank und schwach und wird sich daran laben. Mach dich auf, bevor es heiß wird, und wenn du hinauskommst, so geh hübsch, sitzsam und lauf nicht vom Wege ab, sonst fällst du und zerbrichst das Glas, und die Großmutter hat nichts. Und wenn du in die Stube kommst, so vergiss nicht, guten Morgen zu sagen, und guck nicht erst in allen Ecken herum. »Ich will schon alles richtig machen«, sagte Rotkäppchen zur Mutter, und gab ihr die Hand darauf. Die Großmutter aber wohnte draußen im Wald, eine halbe Stunde vom Dorf. Wie nun Rotkäppchen in den Wald kam, begegnete ihm der Wolf. Rotkäppchen aber wusste nicht, was das für ein böses Tier war, und fürchtete sich nicht vor ihm. »Guten Tag, Rotkäppchen«, sprach er. »Schönen Dank, Wolf.« »Wo hinaus so früh, Rotkäppchen?« »Zur Großmutter.« »Was trägst du unter der Schürze?« »Kuchen und Wein. Gestern haben wir gebacken. Da soll sich die kranke und schwache Großmutter zugut tun und sich damit stärken.« »Rotkäppchen, wo wohnt deine Großmutter?« »Noch eine gute Viertelstunde weiter im Wald, unter den drei großen Eichbäumen. Da steht ihr Haus. Unten sind die Nusshecken. Das wirst du ja wissen«, sagte Rotkäppchen. Der Wolf dachte bei sich, »Das junge, zarte Ding, das ist ein fetter Bissen. Der wird noch besser schmecken als die alte. Du musst es listig anfangen, damit du beide schnappst.« Da ging er ein Weilchen neben Rotkäppchen her, dann sprach er. »Rotkäppchen, sieh einmal die schönen Blumen, die ringsumher stehen. Warum guckst du dich nicht um? Ich glaube, du hörst gar nicht, wie die Vöglein so lieblich singen. Du gehst ja für dich hin, als wenn du zur Schule gingst und ist so lustig hausen in dem Wald.« Rotkäppchen schlug die Augen auf, und als es sah, wie die Sonnenstrahlen durch die Bäume hin- und hertanzten und alles voll schöner Blumenstand, dachte es, »Hm, wenn ich der Großmutter einen frischen Strauß mitbringe, der wird dir auch Freude machen.« »Es ist so früh am Tag, dass ich doch zu rechter Zeit ankomme«, lief vom Wege ab in den Wald hinein und suchte Blumen. Und wenn es eine gebrochen hatte, meinte es, weiter hinaus stände eine schönere, und lief danach und geriet immer tiefer in den Wald hinein. Der Wolf aber ging geradewegs nach dem Haus der Großmutter und klopfte an die Türe. »Wer ist draußen?« »Rotkäppchen, das bringt Kuchen und Wein, mach auf!« »Drück nur auf die Klinke«, rief die Großmutter. »Ich bin zu schwach und kann nicht aufstehen.« Der Wolf drückte auf die Klinke, die Türe sprang auf, und er ging, ohne ein Wort zu sprechen, gerade zum Bett der Großmutter und verschluckte sie. Dann tat er ihre Kleider an, setzte ihre Haube auf, legte sich in ihr Bett und zog die Vorhänge zu. Rotkäppchen aber war nach den Blumen herumgelaufen, und als es so viel zusammen hatte, dass es keine mehr tragen konnte, fiel ihm die Großmutter wieder ein, und es machte sich auf den Weg zu ihr. Es wunderte sich, dass die Tür aufstand, und wie es in die Stube trat, so kam es ihm so seltsam darin vor, dass es dachte, »Ei, du mein Gott, wie ängstlich wird mir's heut zum Mut, und ich bin sonst so gerne bei der Großmutter!« Es rief »Guten Morgen«, bekam aber keine Antwort. Darauf ging es zum Bett und zog die Vorhänge zurück. Da lag die Großmutter und hatte die Haube tief ins Gesicht gesetzt und sah so wunderlich aus. »Ei, Großmutter, was hast du für große Ohren?« »Dass ich dich besser hören kann.« »Ei, Großmutter, was hast du für große Augen?« »Dass ich dich besser sehen kann.« »Ei, Großmutter, was hast du für große Hände?« »Dass ich dich besser packen kann.« »Aber, Großmutter, was hast du für ein entsetzlich großes Maul?« »Dass ich dich besser fressen kann.« Kaum hatte der Wolf das gesagt, so tat er einen Satz aus dem Bette und verschlang das arme Rotkäppchen. Wie der Wolf sein Appetit gestillt hatte, legte er sich wieder ins Bett, schlief ein und fing an, überlaut zu schnarchen. Der Jäger ging aber eben an dem Haus vorbei und dachte, wie die alte Frau schnarcht, »du musst doch sehen, ob ihr etwas fehlt.« Da trat er in die Stube und wie er vor das Bette kam, so sah er, dass der Wolf darin lag. »Find ich dich hier, du alter Sünder«, sagte er, »ich hab dich lange gesucht.« Nun wollte er seine Büchse anlegen, da fiel ihm ein, der Wolf könnte die Großmutter gefressen haben und sie wäre noch zu retten. Schuss nicht, sondern nahm eine Schere und fing an, dem schlafenden Wolf den Bauch aufzuschneiden. Wie er ein paar Schnitte getan hatte, da sah er das rote Käppchen leuchten, und noch ein paar Schnitte, da sprang das Mädchen heraus und rief, »oh, wie war ich erschrocken, wie war's so dunkel in dem Wolf seinem Leib!« Und dann kam die alte Großmutter auch noch lebendig heraus und konnte kaum atmen. Rotkäppchen aber holte geschwind große Steine. Damit füllten sie dem Wolf den Leib, und wie er aufwachte, wollte er fortspringen. Aber die Steine waren so schwer, dass er gleich niedersank und sich totfiel. Da waren alle drei vergnügt. Der Jäger zog dem Wolf den Pelz ab und ging damit heim. Die Großmutter aß den Kuchen und trank den Wein, den Rotkäppchen gebracht hatte, und erholte sich wieder. Rotkäppchen aber dachte, »Du willst dein Lebtag nicht wieder allein vom Wege ab in den Wald laufen, wenn's dir die Mutter verboten hat.« Schneeweißchen und Rosenrot Eine arme Witwe, die lebte einsam in einem Hütchen, und vor dem Hütchen war ein Garten. Darin standen zwei Rosenbäumchen, davon trug das eine weiße, das andere rote Rosen. Und sie hatte zwei Kinder, die glichen den beiden Rosenbäumchen, und das eine hieß Schneeweißchen, das andere Rosenrot. Sie waren aber so fromm und gut, so arbeitsam und unverdrossen, als je zwei Kinder auf der Welt gewesen sind. Schneeweißchen war nur stiller und sanfter als Rosenrot. Rosenrot sprang lieber in den Wiesen und Feldern umher, suchte Blumen und fing Sommervögel. Schneeweißchen aber saß daheim bei der Mutter, half ihr im Hauswesen oder las ihr vor, wenn nichts zu tun war. Die beiden Kinder hatten einander so lieb, dass sie sich immer an den Händen fassten, so oft sie zusammen ausgingen. Und wenn Schneeweißchen sagte, wir wollen uns nicht verlassen, so antwortete Rosenrot, solange wir leben nicht. Und die Mutter setzte hinzu, was das eine hat, soll's mit dem anderen teilen. Oft liefen sie im Walde allein umher und sammelten rote Beeren, aber kein Tier tat ihnen etwas zu leid, sondern sie kamen vertraulich herbei. Das Häschen fraß ein Kohlblatt aus ihren Händen, das Reh graste an ihrer Seite, der Hirsch sprang ganz lustig vorbei, und die Vögel blieben auf den Ästen sitzen und sangen, was sie nur wussten. Kein Unfall traf sie, wenn sie sich im Wald verspätet hatten und die Nacht sie überfiel. Sie legten sich nebeneinander auf das Moos und schliefen, bis der Morgen kam, und die Mutter wusste das und hatte ihretwegen keine Sorge. Einmal, als sie im Walde übernachtet hatten und das Morgenrot sie aufweckte, da sahen sie ein schönes Kind in einem weißen, glänzenden Kleidchen neben ihrem Lager sitzen. Es stand auf und blickte sie ganz freundlich an, sprach aber nichts und ging in den Wald hinein. Und als sie sich umsahen, so hatten sie ganz nahe bei einem Abgrunde geschlafen und wären gewiss hineingefallen, wenn sie in der Dunkelheit noch ein paar Schritte weitergegangen wären. Die Mutter aber sagte ihnen, das müsste der Engel gewesen sein, der gute Kinderbewache. Schneeweißchen und Rosenrot hielten das Hüttchen der Mutter so reinlich, dass es eine Freude war, hineinzuschauen. Im Sommer besorgte Rosenrot das Haus und stellte der Mutter jeden Morgen, ehe sie aufwachte, einen Blumenstrauß vors Bett. Darin war von jedem Bäumchen eine Rose. Im Winter zündete Schneeweißchen das Feuer an und hing den Kessel an den Feuerhaken. Und der Kessel war von Messing, glänzte aber wie Gold, so rein war er gescheuert. Abends, wenn die Flocken fehlen, sagte die Mutter, geh Schneeweißchen und schieb den Riegel vor. Und dann setzten sie sich an den Herd, und die Mutter nahm die Brille und las aus einem großen Buche vor, und die beiden Mädchen hörten zu, saßen und spannen. Neben ihnen lag ein Lämmchen auf dem Boden, und hinter ihnen auf einer Stange saß ein weißes Täubchen und hatte seinen Kopf unter den Flügel gesteckt. Eines Abends, als sie so vertraulich beisammensaßen, klopfte jemand an die Türe, als wollte er eingelassen sein. Die Mutter sprach, »Geschwind, Rosenrot, mach auf! Es wird ein Wanderer sein, der Obdach sucht!« Rosenrot ging und schob den Riegel weg und dachte, es wäre ein armer Mann. Aber der war es nicht, es war ein Bär, der seinen dicken, schwarzen Kopf zur Türe hereinsteckte. Rosenrot schrie laut und sprang zurück. Das Lämmchen blökte, das Täubchen flatterte auf, und Schneeweißchen versteckte sich hinter der Mutterbett. Der Bär aber fing an zu sprechen und sagte, »Bürchtet euch nicht! Ich tue euch nichts zu leid, ich bin halb erfroren, und ich will mich nur ein wenig bei euch wärmen.« »Du armer Bär«, sprach die Mutter, »leg dich ans Feuer und gib nur Acht, dass dir dein Pelz nicht brennt!« Dann rief sie, »Schneeweißchen, Rosenrot, kommt hervor, der Bär tut euch nichts, ihr meint's ehrlich!« Da kamen sie beide heran und nach und nach näherten sich auch das Lämmchen und Täubchen und hatten keine Furcht vor ihm. Der Bär sprach, »Ihr Kinder, klopft mir den Schnee ein wenig aus dem Pelzwerk!« Und sie holten den Besen und kehrten dem Bär das Fell rein. Er aber streckte sich ans Feuer und brummte ganz vergnügt und behaglich. Nicht lange, so wurden sie ganz vertraut und trieben Mutwillen mit dem unbeholfenen Gast. Sie zausten ihm das Fell mit den Händen, setzten ihre Füßchen auf seinen Rücken und weigerten ihn hin und her, oder sie nahmen eine Haselrute und schlugen auf ihn los, und wenn er brummte, so lachten sie. Der Bär ließ sich's aber gerne gefallen, nur wenn sie's gar zu arg machten, rief er, »Lasst mich am Leben, ihr Kinder! Schneeweißchen, Rosenrot, schlägst dir den freier Tod!« Als Schlafenszeit war und die anderen zu Bett gingen, sagte die Mutter zu dem Bär, »Du kannst in Gottes Namen da am Herde liegen bleiben. So bist du vor der Kälte und dem bösen Wetter geschützt!« Sobald der Tag graute, ließen ihn die beiden Kinder hinaus, und er trabte über den Schnee in den Wald hinein. Und von nun an kam der Bär jeden Abend zu der bestimmten Stunde, legte sich an den Herd und erlaubte den Kindern, kurzweil mit ihm zu treiben, so viel sie wollten. Und sie waren so gewöhnt an ihn, dass die Türe nicht eher zugeregelt ward, als bis der schwarze Gesell angelangt war. Als das Frühjahr herangekommen und draußen alles grün war, sagte der Bär eines Morgens zu Schneeweißchen, »Nun muss ich fort und darf den ganzen Sommer nicht wiederkommen.« »Wo gehst du denn hin, lieber Bär?«, fragte Schneeweißchen. »Mich muss in den Wald und meine Schätze vor den bösen Zwergen hüten. Im Winter, wenn die Erde hartgefroren ist, müssen sie wohl unten bleiben und können sich nicht durcharbeiten. Aber jetzt, wenn die Sonne die Erde aufgetaut und erwärmt hat, da brechen sie durch, steigen herauf, suchen und stehlen. Was einmal in ihren Händen ist und in ihren Höhlen liegt, das kommt so leicht nicht wieder an des Tages Licht.« Schneeweißchen war ganz traurig über den Abschied, und als es ihm die Türe aufriegelte und der Bär sich hinausdrängte, blieb er an dem Türhaken hängen und ein Stück seiner Haut riss auf, und da war es Schneeweißchen, als hätte es Golddurchschimmern gesehen. Aber es war seiner Sache nicht gewiss. Der Bär lief eilig fort und war bald hinter den Bäumen verschwunden. Nach einiger Zeit schickte die Mutter die Kinder in den Wald, reisig zu sammeln. Da fanden sie draußen einen großen Baum, der lag gefällt auf dem Boden, und an dem Stamme sprang zwischen dem Gras etwas auf und ab. Sie konnten aber nicht unterscheiden, was es war. Als sie näher kamen, sahen sie einen Zwerg mit einem alten, verwelkten Gesicht und einem ellenlangen, schneeweißen Bart. Das Ende des Bartes war in eine Spalte des Baums eingeklemmt, und der Kleine sprang hin und her wie ein Hündchen an einem Seil und wusste nicht, wie er sich helfen sollte. Er glotzte die Mädchen mit seinen roten, feurigen Augen an und schrie, »Was steht ihr da? Könnt ihr nicht herbeigehen und mir Beistand leisten?« »Was hast du angefangen, kleines Männchen?«, fragte Rosenrot. »Dumme, neugieriger Gans«, antwortete der Zwerg. »Den Baum hab ich mir spalten wollen, um kleines Holz in der Küche zu haben. Bei den dicken Klötzen verbrennt gleich das bisschen Speise, das unser einer braucht, der nicht so viel hinunterschlinkt als ihr grubes, gieriges Volk. Ich hatte den Keil schon glücklich hineingetrieben, und es wäre alles nach Wunsch gegangen, aber das verwünschte Holz war zu glatt und sprang unversehens heraus, und der Baum fuhr so geschwind zusammen, dass ich meinen schönen weißen Bart nicht mehr herausziehen konnte. Nun steckt er drin, und ich kann nicht fort. Da lachen die albernen, glatten Milchgesichter. Pfui, was sei dir garstig!« Die Kinder gaben sich alle Mühe, aber sie konnten den Bart nicht herausziehen. Er steckte zu fest. »Ich will laufen und Leute herbeiholen«, sagte Rosenrot. »Wahnsinnige Schafsköpfe«, schnarrte der Zwerg. »Wer wird gleich Leute herbeirufen? Ihr seid mir schon um zwei zu viel. Fällt euch nichts Besseres ein?« »Sei nur nicht ungeduldig«, sagte Schneeweißchen. »Ich will schon Rat schaffen«, holte sein Schärchen aus der Tasche und schnitt das Ende des Bartes ab. Sobald der Zwerg sich frei fühlte, griff er nach einem Sack, der zwischen den Wurzeln des Baums steckte und mit Gold gefüllt war, hob ihn heraus und brummte vor sich hin. »Ungehobeltes Volk, schneidet mir ein Stück von meinem stolzen Barte ab! Lohn's euch, der Kuckuck!« Damit schwang er seinen Sack auf den Rücken und ging fort, ohne die Kinder nur noch einmal anzusehen. Einige Zeit danach wollten Schneeweißchen und Rosenrot ein Gericht Fische angeln. Als sie nahe bei dem Bach waren, sahen sie, dass etwas wie eine große Heuschrecke nach dem Wasser zuhüpfte, als wollte es hineinspringen. Sie liefen heran und erkannten den Zwerg. »Wo willst du hin?«, fragte Rosenrot. »Du willst doch nicht ins Wasser.« »Ach, solch ein Narr bin ich nicht«, schrie der Zwerg, »seht ihr nicht der verwünschte Fisch wie mich hineinziehen?« Der Kleine hatte da gesessen und geangelt, und unglücklicherweise hatte der Wind seinen Bart mit der Angelschnur verflochten. Als gleich darauf ein großer Fisch anbiss, fehlten dem schwachen Geschöpf die Kräfte, ihn herauszuziehen. Der Fisch behielt die Oberhand und riss den Zwerg zu sich. Zwar hielt er sich an allen Halmen und Binsen, aber das half nicht viel. Er musste den Bewegungen des Fisches folgen und war in beständiger Gefahr, ins Wasser gezogen zu werden. Die Mädchen kamen zu rechter Zeit, hielten ihn fest und versuchten, den Bart von der Schnur loszumachen. Aber vergebens, Bart und Schnur waren fest ineinander verwirrt. Es blieb nichts übrig, als das Schirchen hervorzuholen und den Bart abzuschneiden, wobei ein kleiner Teil desselben verloren ging. Als der Zwerg das sah, schrie er sie an. »Ist das mal mir, ihr Lorche, einem das Gesicht zu schänden? Nicht genug, dass ihr mir den Bart unten abgestutzt habt, jetzt schneidet ihr mir den besten Teil davon ab. Ich darf mich vor den meinigen gar nicht sehen lassen. Dass ihr laufen müsstet und die Schuhsohlen verloren hättet.« Dann holte er einen Sack Perlen, der im Schilfe lag, und ohne ein Wort weiterzusagen, schleppte er ihn fort und verschwand hinter einem Stein. Es trug sich zu, dass bald hernach die Mutter die beiden Mädchen nach der Stadt schickte, Zwirn, Nadeln, Schnüre und Bänder einzukaufen. Der Weg führte sie über eine Heide, auf der hier und da mächtige Felsenstücke zerstreut lagen. Da sahen sie einen großen Vogel in der Luft schweben, der langsam über ihnen kreiste, sich immer tiefer herabsenkte und endlich nicht weit bei einem Felsen niederstieß. Gleich darauf hörten sie einen durchdringenden, jämmerlichen Schrei. Sie liefen hierzu und sahen mit Schrecken, dass der Adler ihren alten Bekannten, den Zwerg, gepackt hatte und ihn vortragen wollte. Die mitleidigen Kinder hielten gleich das Männchen fest und zerrten sich so lange mit dem Adler herum, bis er seine Beute fahren ließ. Als der Zwerg sich von dem ersten Schrecken erholt hatte, schrie er mit einer kreischenden Stimme. »Kontet ihr nicht säuberlicher mit mir umgehen? Gerissen habt ihr an meinem dünnen Röckchen, das es überall zerfetzt und durchlöchert ist. Unbeholfenes und läppisches Gesindel, das ihr seid!« Dann nahm er einen Sack mit Edelsteinen und schlüpfte wieder unter den Felsen in seine Höhle. Die Mädchen waren an seinen Undang schon gewöhnt, setzten ihren Weg fort und verrichteten ihr Geschäft in der Stadt. Als sie beim Heimweg wieder auf die Heide kamen, überraschten sie den Zwerg, der auf einem reinlichen Plätzchen seinen Sack mit Edelsteinen ausgeschüttet und nicht gedacht hatte, dass so spät noch jemand daherkommen würde. Die Abendsonne schien über die glänzenden Steine. Sie schimmerten und leuchteten so prächtig in allen Farben, dass die Kinder stehen blieben und sie betrachteten. »Was steht ihr da und habt Maulaffenfeil?« schrie der Zwerg, und sein aschgraues Gesicht war zinnoberrot vor Zorn. Er wollte mit seinen Scheldworten fortfahren, als sich ein lautes Brummen hören ließ und ein schwarzer Bär aus dem Walde herbeitrabte. Erschrocken sprang der Zwerg auf, aber er konnte nicht mehr zu seinem Schlupfwinkel gelangen. Der Bär war schon in seiner Nähe. Da rief er in Herzensangst, »Lieber Bär, verschont mich! Ich will euch alle meine Schätze geben, seht, die schönen Edelsteine, die da liegen! Schenkt mir das Leben! Was habt ihr an mir, kleinen schmächtigen Kerl? Ihr spürt mich nicht zwischen den Zehen! Da, die beiden gottlosen Mädchen packt, das sind für euch zarte Bissen, fett wie junge Wachteln! Die frisst in Gottes Namen! Der Bär kümmerte sich um seine Worte nicht, gab dem boshaften Geschöpf einen einzigen Schlag mit der Tatze, und es regte sich nicht mehr. Die Mädchen waren fortgesprungen, aber der Bär rief ihnen nach, »Schneeweißchen und Rosenrot, fürchtet euch nicht, wartet, ich will mit euch gehen!« Da erkannten sie seine Stimme und blieben stehen, und als der Bär bei ihnen war, fiel plötzlich die Bärenhaut ab, und er stand da als ein schöner Mann und war ganz in Gold gekleidet. »Ich bin eines Königs Sohn«, sprach er, »und war von dem gottlosen Zwerg, der mir meine Schätze gestohlen hatte, verwünscht, als ein wilder Bär in dem Walde zu laufen, bis ich durch seinen Tod erlöst würde. Jetzt hat er seine wohlverdiente Strafe empfangen.« Schneeweißchen ward mit ihm vermielt und Rosenrot mit seinem Bruder, und sie teilten die großen Schätze miteinander, die der Zwerg in seiner Höhle zusammengetragen hatte. Die alte Mutter lebte noch lange Jahre ruhig und glücklich bei ihren Kindern. Die zwei Rosenbäumchen aber nahm sie mit, und sie standen vor ihrem Fenster und trugen jedes Jahr die schönsten Rosen, weiß und rot. Das waren die schönsten Märchen der Gebrüder Grimm mit Farben. Wenn sie dir gefallen haben, würde ich mich freuen, wenn du auf den Daumen hochklickst. Wenn du magst, hören wir uns morgen wieder. Aber jetzt schlaf gut.